Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind quasi auf der Suche nach einer Frau, die eine ansteckende Krankheit in sich trägt und werden jetzt so ein bisschen hin und her geschleust durch die verschiedenen neuen Systeme, die sich hier so ergeben haben, die man entdeckt hat und wir verfolgen sie einfach. Hier gibt es auch noch eine weitere Mission. Ich bin aber nicht so sicher, was das hier ist, ob man das, also ist das eine Mission, wo man jetzt landen muss oder nicht? Ich habe absolut keine Ahnung. Das werden wir wohl erfahren, wenn wir da sind. Aber erstmal meine Priorität... Okay. Ach stimmt, hier war ja auch was. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so... Da kann ich bestimmt drauf landen. Bestimmt, bestimmt. Ich weiß es aber nicht genau. Mache ich einfach mal ganz zum Schluss. Ja. Hier ist nix, ist ja doof. Oder es ist echt nur sowas zum Scannen. Kein Plan. Oder ich komme einfach irgendwann nochmal zurück und mache das später, weil jetzt will ich erstmal das machen. Guck mal, die Sonne sieht ja cool aus. Da. Ein Vorkommen. Oh, Kupfer. Na, wo ich es gesagt habe, ne? Jetzt ist nicht mehr Beryllium, jetzt ist Kupfer. Sehr gut. So. Du, 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 du. Ja, dann gucken wir mal nach, ne? Was da abgeht bei den Anomalies. Eine Schlucht, in der einfach Erfahrungspunkte liegen. Sehr gut. So, dann gucken wir uns diese Anomalie an, danach. Weiß ich noch nicht. Ob ich danach Eladen, Eladan, Eladin. Ob ich dann dahin gehe. Juhu. Ich bin immer nur bes... Hä, warte mal. Ach, hier. Ach, so. Hä, warum? Der war wahrscheinlich schon vorher da, ich habe ihn nur nicht gesehen. Das kann natürlich sein. So, zack. Graffiti. Tja, und jetzt fliegen wir mal kurz hier. Ich weiß nicht, ob das eine erkundbare Welt ist oder einfach nur irgendeine Mission. Keine Ahnung. Sollte mir wahrscheinlich aber gleich angezeigt werden. Oh Gott. Okay. Saubray ist ein Planet, auf dem man landen kann. Tschüss. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich habe so viele Planeten, auf denen ich momentan landen kann. Oder was heißt so viele? Zwei Stück. Also ist das jetzt nicht wirklich viel, aber... Ähm. Ich will erst mal den einen und dann machen wir den anderen. So ganz Stück für Stück. Die fliegt, glaube ich, bestimmt dann dahin. Kannst mir nichts erzählen. Naja. Wir fliegen ja erst mal weiter hinterher. Ist ja kein Problem. Oder ich mache den Planeten bevor... Ach, wobei, nee. Da, nee. Nee. Doch. Nee. Doch, nee. Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da ist zu viel zu tun. Alle von dem schwarzen Loch sind unglaublich hier draußen. Das Lied der dunklen Seite der Schöpfung. Ei, ei, ei. Also jetzt überschlägt mich das Spiel gerade ein bisschen mit dem, was man hier machen kann. Weil ich nicht weiß, was ich als erstes tun soll. Ob ich erst, äh, nach Kadera gehe oder jetzt erst, äh, nach Eladen. Oder wie der heißt. Hm. Eine sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage. Naja, ich war halt schon... Ach, ich weiß es nicht. Alles so... Alles so komisch. Zumal es natürlich auch sein kann, dass ich sowieso dahin müsste, ne? Also wer weiß, vielleicht führt mich die Story irgendwann dahin. Ich weiß es nicht. Hier ist nichts. Tja... Hm. Naja, ich gehe glaube ich erst nach Kadera und dann mache ich den. Das kann man ja schon mal machen. Muss ich mir halt nur merken, dass es den Planeten überhaupt gibt. Weil der ist ja noch bei 0%. Glauben... Ja doch, muss er ja. Ich war ja noch nicht drauf. Puh. Naja. Schauen wir mal. Aber so... Ja, mit so einer Mission kommst du natürlich... Oder komme ich meinem Ziel näher, alles hier auf 100% auszubauen. Ähm, was ich ja sowieso gemacht hätte. Aber, naja. Wenn wir eh schon dabei sind, da hinterher zu fliegen... Ja, dann können wir das ja auch so machen. Ich frage mich ja, wie die als Shuttle... Also mit einem Shuttle so weit kommen kann. Das geht doch gar nicht. Was ist denn das für ein super Shuttle, ey? Die Strahlungsspur passt zu den bisherigen Scans. Das ist unser Shuttle. Sehr gut. Ist das jetzt wieder was? Ne. Okay. So. Natürlich wusste... Ich wusste, sie fliegt hier hin. Es war so klar, ne? Wie kommt die so weit? Das ist ja voll das geile Shuttle, ey. Aber ich meine, es war klar, dass die weiter weg jetzt ist. Dass man so auch in diese ganzen Gebiete kommt und die scannt und so. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ich auch. Deine Stimme. Ach ja. Mal gucken, ob die danach nochmal woanders ist. Und dann ist auch mehr oder weniger fast schon klar, wo sie sein wird. Sie wird einfach auf dem nächsten leeren Sternensystem sein. Oder Sonnensystem. Vielmehr. Und sich da eventuell aufhalten oder auch nicht. Oder sie ist dann letztlich nach Kedera geflogen. Oder irgendwie sowas. Anomalie geortet. Ja, ich weiß. Zwei Stück sogar, stell dir vor. Krass. Ziemlich heftiger Scheiß. Anomalie auf den Sensoren. Und da. Ja, jetzt geht doch mal hin da. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Nehme ich mit. So. Zack. Wir sind zwei Anomalien wieder, glaube ich, ne? Das hat gar nicht... Doch, hat das was verändert? Weiß ich nicht. Ne, ist nur eine. Ah, okay. Ist anscheinend nur eine Anomalie. Oder ich sehe die andere nicht. Mal gucken. So. Zack. Schiffsteil, Wrackteil, Satellit. So. Ich bin bei 100%, okay. Meistens sind die Prozentangaben hier sehr strange. Schicke Sonde aus. Anomalie gefunden. Wieder nur die Spur. Oder diesmal das Shuttle selbst. Verzeihung. Pathfinder. Die Scans bestätigen, dass die Spur des beschädigten Shuttles zu einer Landestelle auf der Oberfläche von Kedera führt. Natürlich. Hätte ich mir ja direkt denken können. So. Ne, warte mal, da ist Vetrace-Mission. Ich werde jetzt einfach hier schon hingehen, weil es ist mir jetzt egal. Ich war jetzt eh dabei in der Folge. Dann mache ich das jetzt auch hier zu Ende. Und, ähm, dann mache ich nicht das, weil nach Kedera gehen wir dann ja auch. Aber, erst mal, ich glaube, das sind die letzten beiden Welten, oder? Ich weiß es nicht genau. Hm. Müsste ich dann mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erst mal hier, dann nach hier hin. Und ich glaube, dann ist es auch mehr oder weniger... Ne, da noch nicht hin. Und dann ist, glaube ich, die vorhin gefasst. Ne, geht erst 10 Minuten, verdammt. Ähm. Ja. Dann gehe ich schon mal, genau, dann fliege ich schon mal in das System, äh, wo die Mission von Vetrace sein wird. Und... Naja. Dann werden wir uns wahrscheinlich die nächsten beiden Folgen mit Vetrace... ...nötig. Nötig. Nötig. Oh, das ist ja echt das klein. Oh, das ist ja putzig. Dann werden wir uns... Wo denn? Ach, da. Dann werden wir uns, äh, mit Vetrace Lo-Ealitätsmission auseinandersetzen. Danach werde ich dann nach, ähm... Ähm, 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 Kedera gehen. Obwohl ich es nicht weiß, soll ich erst nach Kedera gehen oder erst nach die, ähm, ähm, äh, das ist schwierig. Ne, ich gehe erst nach Kedera, ist egal. Ist wurscht. Erstmal nach Kedera gehen und dann kann man weitergucken. Ähm, den letzten Planeten mache ich sowieso. Also, ne, steht außer Frage, von daher... Macht das ja eh nix, wo ich jetzt als erstes hingehe. Na? Da. Ja. Und dann muss man halt auch mal schauen, ne? Also, so viel wird auch dann... Oder was heißt so viel? Es wird noch eine ganze Menge, glaube ich, kommen. Hier im Spiel. Aber rein theoretisch ist es ja überschaubar, wenn das die letzten beiden Planeten sind. Naja, dann geht's ja eigentlich, ne? Gut, eine Loyalitätsmission fehlt mir noch. Die mache ich natürlich dann auch noch von Koran nach, äh, äh, Kedera. Auf der... Auf dem wir wahrscheinlich sehr lange sein werden. Länger als auf Volt. Und das war, glaube ich, schon echt lang. Aber naja, die Missionen wollen halt auch erledigt werden, nicht wahr? So ist das halt. Machst du nix? Machst du nix? Aber das ist jetzt auch so... Ich sag mal zum... Ja, wobei, wo bin ich? Bin ich in der Spielmitte oder bin ich schon so am... Hm. Also laut der Prozentangabe beim Speichern, ja? Oh, cool. Gibt's hier eine Anomalie? Nein, was? Das ist ja unglaublich. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ich hab's vergessen, verdammt. Weil die mich so blöd unterbrochen haben, die Schweine. Irgendwas... Wollte ich grad sagen. Ach so, stimmt. Ähm, laut der Speicherung, also wenn ich Speicher, ist immer so eine Prozentanzeige, wie weit man im Spiel ist, hab ich jetzt 40% des Spiels. Und nun, ja. Hm. Hm, dürfte noch eine Menge kommen, wobei ich halt auch nicht genau weiß, was dann da genau zuzählt zu diesen Prozenten. Zum Beispiel, das hier müsste ja auch dazu zählen. Ähm. Aber es kommt also noch eine Menge. Und ich werd noch einiges an Spielzeit hier, glaub ich, versenken in dem Spiel. Würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ich denk nicht, dass es innerhalb der nächsten 10 Stunden zu Ende sein wird. Ich werd allein 10 bis 15 Stunden schätzungsweise auf, äh, Kedera wahrscheinlich verbringen. Und dann haben wir ja noch einen Planeten. Puh. Also. Und die Loyalitätsmission halt, ne. Ähm, von... Na gut, Vetra und Korra haben wir, von Drek haben wir auch. Es fehlt ja im Grunde nur noch die von Jarl. Ja, ich glaub, Jarl ist die einzige, die fehlt. Alle anderen haben wir. Ja, wobei, Pibi. Das geht ja immer so ein bisschen schleichend voran. Muss man mal gucken. Ja, dann. Nehmen wir mit. So. Gut, dann sind wir hiermit auch durch. Und dann reisen wir schon mal in... Ja, doch. Na, doch, da hin. Hier muss ich unbedingt dran denken. Wobei, das wird mir ja eh angezeigt, dass hier eine Mission ist. Deswegen kein Problem. Hm. Warum dieser Impuls? Weil da Welten sind oder weil da einfach was anderes ist? Ich bin mir nicht so sicher, ne. Naja. Wir fliegen jetzt nach Remarve. Und dort werde ich jetzt schon mal anfangen zu scannen. Werde aber die Mission hoffentlich noch nicht automatisch starten. Ist ja ziemlich blöd. Sehen Sie sich, dieses System ist wunderschön. Wunderschön. Kann man das wahrscheinlich gar nicht leisten. So. Irgendwo. Mal gucken, ob es hier irgendwo noch mal Anomalien gibt. Hier gibt es eine. Zack. Dann holen wir uns das. Material. Hä? Habe ich nicht gerade schon eine losgeschickt? Kam die nicht an? Ist die explodiert? Oder keine Ahnung. So. Zack. Und dann kommt H047C. Das ist ein sehr einprägsamer und ich finde auch ein sehr gut gewählter Name. Der ist super. H047C finde ich ist einfach klasse. Ich würde auch gerne unseren Planeten so umbenennen, weil das ist viel toller. Ein Krater. Da liegen noch bestimmte Erfahrungspunkte drin. Jawohl. Ist klar, in so einem Krater müssen 270 Erfahrungspunkte liegen. Geht gar nicht anders. So. Hm. Ja. Sie ist recht kurz. Nein. Ach Gott. Nein. Ach du Scheiße. Das ist auch ein Planet, auf dem ich... Ach Gott. Oder? Da steht H047C. Eine neue Welt. Bei dem anderen schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann hier auch landen, oder? Ich fliege da mal kurz hin. Ich gucke mal. Nee. Oh Gott. Naja, es ist... Naja, es ist ein Asteroid. Ich weiß nicht, ob das als Welt gilt. Aber, äh, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ne? Und, äh, dann gucken wir uns das einfach mal an. Ich hoffe, es ist keine wirkliche Welt. Es wird bestimmt neue Quests geben. Ich bin mir da fast sicher. Aber wir werden auf jeden Fall Vetras, äh, Loyalitätsmission starten. Und einfach mal schauen, was hier auf uns wartet, was hier auf uns wartet, auf diesen wunderschönen Asteroiden. Danach, äh, geht's nach Kaderra. Ja. Und dann geht's, äh, zu Korras Loyalitätsmission. Während Kaderra, wir werden da wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und, äh, lösen in der Zeit natürlich auch die von Drag. Hoffe ich, zumindest. Ja. Da gibt's ja viel zu tun. Beziehungsweise, wenn ich mit Kaderra fertig bin, dann kann man ja davon ausgehen, dass ich erstmal ganz viele andere Sachen noch tun muss. Zum Beispiel eventuell zur Nexus zurück. Oder was weiß ich. Ähm, dann kommt Korras Loyalitätsmission. Und dann werden wir Eladen oder wie auch immer der ausgesprochen wird, einen Besuch abstatten und gucken, was da auf uns zukommen wird. Ich bedanke mich aber auch an der Stelle erstmal bei euch. Das sind sehr lange Zukunftsplanungen, die aber noch sehr lange wohl auf sich warten lassen. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.